Ich würde sagen, es ist ein Fisch. Ein Fisch. Du machst das, was man dir sagt. Meine Nippel zwicken. Elia, was machst du denn da? Ich wollte da hoch, aber ich bin da auch so gerutscht. Du machst das, was man dir sagt. So, da sind wir wieder. Guten Morgen zusammen. Wir sind heute auf dem Weg zum Schloss Gimborn. Wir haben knapp 13 Kilometer heute. Ungefähr 390 Höhenmeter zu bewältigen. Wir sind schon sehr gespannt. Wetter ist geil, sehr warm. Es ist sehr zwitzig heute. Es wird sehr zwitzig. Und ja, Kami. Es war zum Sonntag. Wir kamen. Wir sahen. Und wir drehten wieder um. Alles klar. Bis gleich mal. Os travelers. Wir kamen. Wir kamen. Wir kamen. Rules. Und wir kamen. Bis zum nächsten Mal. Es wird düster. Papas Zuhause stehen bleiben, aus dem Bett. Schön schattig. Ja, ist ja gut. Ich krieg schon wieder Motze von dem. Wir machen schon wieder Bilder für unseren Instagram-Kanal. Was muss, das muss. So sieht's aus. Die Leute müssen unterhalten werden. Das wird das nicht. Soll ich mal was trinken? Los. So. 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 Wer Bock hat zu klettern? Oben ist bestimmt eine geile Aussicht. So, jetzt erklären die Leute mal, die keine Ahnung haben. Was ist das? Du erkennst es nicht, ne? Ich würd sagen, es ist ein Fisch. Ein Fisch. Okay. Nein, es ist eine Rune, ne? Was bedeutet die? Ein O. Für, sag mal Bin Laden. Spasti. Alter, du weißt, da kommen böse Erinnerungen von dem Film, das Ritual, ne? Wollte ich gerade sagen. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Ja. Also, Kami ist unter den Runenbauern gegangen. Der schießt einfach auf ein Foto und dann geht er weg. Was ist das denn? Lass es einfach so stehen. Weiter geht's. Weiter geht's. Es ist wirklich sehr ruhig hier. Wir haben bis jetzt noch keine Menschenseele getroffen. Ich habe die ganze Zeit nur diesen Verrückten da hinten, den ich sehe. Mehr sehe ich nicht. Ah, da hinten kommen Leute. Da kommt auf jeden Fall jemand. Wir sind nicht allein. Das ist Offroad. Alter. Wissen, die haben hier einfach den Weg kaputt gemacht. Nichts wird zur Seite geräumt hier. Hindernisse. Also, wir haben bis jetzt drei Kilometer weg. Knapp. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Strecke ist schon tausendmal besser als die letzte. Die letzte war einfach viel zu langweilig. Das hat mir alles nicht so gefallen. Aber wir haben Kilometer gemacht. Ja, das haben wir. Aber Kilometer ist nicht alles. Kilometer kommen nächste Woche. Da haben wir aber unsere schöne, schöne Tour. Unsere allererste Tour, die wir gemacht haben. Wiederholen wir nächstes Wochenende. Das wird auf jeden Fall geil. Damals haben wir noch angefangen. Ohne nichts. Mit Turnschuhen. Ohne Wasser. Ohne gar nichts. Einen Regenschirm. Stock hatten wir dabei. Hatten wir einen Regenschirm dabei? Ich weiß gar nicht. Und das war's. Und dann hatten wir wieviel Kilometer? Das waren glaube ich knapp 27 Kilometer. Knapp 27 Kilometer. Ja. Im Regen. Schmerzen. Eine Woche Muskelkater. Aber hat richtig Laune gemacht. Und dadurch kamen wir ja dann hier auf diesen ganzen Wandern. Auf diesen ganzen Wahnsinn. Das ist einfach nur wahnsinnig was wir hier betreiben. Das ist doch doch. Ja. Deswegen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ja. Ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. Mal gucken. Vielleicht vergesse ich noch mal da auf Raststätte. Ich leine den an. An einem Baum. Ich bind dich an dem Baum und fahr weiter. Ja. Verhandle mich weiterhin wie einen Hund. Genau. Kein Ding. So. Wir sind jetzt hier in der Burgruine. Wie heißt der Teil? Ich kann es mir leider nicht merken. Burgruine. Ja. Burgruine. Ja. Ja. Ich kann es jetzt hier nicht nachlesen. Warum? Gott verdammt. Junge. Okay. Das ist die Burgruine Einbach. Es stand auch vorne dran. Ja. Ich habe aber gedacht das wäre vielleicht ein Ort oder so. Aber okay. So heißt das Ding. Wir gehen jetzt mal da hin. Und checken mal ab. Was wir da so schönes finden. Ja. Leider kommen wir an die Burgruine nicht ran. Kein Zugang. Kein gar nichts. Leider gar nicht. Seitdem wir würden rüber schwimmen. Aber da haben wir jetzt nicht die Ausrüstung dabei. Schade. 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 Na ja. Aber es gab ein schönes Wort. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Wer ist denn ein Apfel? Am helllichen Tag. Am helllichen Tag. Ich stelle jetzt der Apfel. Der getab. Meine Nippel zwicken. Ich bekomme Haare. Surprise motherfucker. Das ist nicht wahr oder? Nein. Dass du das jetzt hier gebracht hast. Scheiße nein ey. Das ist sehr rutschig. Elia was machst du denn da? Ich wollte da hoch. Aber ich bin da auch so gerutscht. Oh Gott. Scheiße. Und ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe es aber aufgenommen. Ist ja geil. Da legt er sich hier hin. Bist du müde oder was? Geil. Ich wollte da. Guck mal. Der wollte da hoch. Sehr rutschig. Geil. Kami ist verschollen. Irgendwo sein. Er ist weg. Geil. 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir haben noch drei Kilometer ungefähr. Kami fotografiert da schon wieder irgendwas weg. Also bis jetzt ist die Strecke wirklich sehr angenehm. Hat Spaß gemacht. Dann wollte er gleich noch das Schloss kommen. Bin ich auch sehr gespannt. Den kopfst du da schon wieder ab? Ich läster über dich. Okay. Und ja, auf jeden Fall bis jetzt weiter zu empfehlen. Ganz klar. Sehr abwechslungsreich. Jetzt haben wir gerade mal schön Schatten. Temperaturen sind nach wie vor Bombe. Was sagen Sie dazu? Was haben wir? Was sagen Sie dazu? Wozu? Zwei. Soll ich irgendwas erzählen? Quatsch da nicht einfach in die Kamera rein. Anscheinend lästert der. Keine Ahnung. Was? Was wolltest du? Was sagen Sie zu dieser Strecke bis jetzt? Ach, ich soll die Strecke bewerten. Sag das doch gleich. Ja. Aber bis jetzt. Ja, gleich haben wir es durch. Machen wir noch einen Kilometer. Drei. Oder zwei. Oder zwei. Können wir uns aussuchen. Ähm, ja. Strecke. Strecke ist cool. Nicht wirklich anspruchsvoll. Viel Wald. Sehr ruhig. Windig Menschen hier. Schön abgelegen. Kann man empfehlen. Kann man sehr empfehlen. Ja. War es das? Da muss ich weiter. Nein, Spaß. Das ist das Schloss. Da kommen wir nicht drauf. Schade. Sieht schön aus. Sieht eher so aus wie so ein Herrenhaus. Wirklich schön. Dahinter ist doch unser Auto. Ja. Ach so, jetzt habe ich es. So, wir sind soweit durch mit unserer Tour. Dahinten haben wir das Schloss, wo wir da nicht drauf kommen. Weil das abgesperrt ist. Und eigentlich darf man es auch nicht fotografieren und filmen. Und das ist gut gesehen. Aber sonst, die Strecke war cool. Ja. Auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Ich weiß, wir haben es noch nie gesagt. Aber die Informationen zu der Tour packen wir in dieser Videobeschreibung. Da findet ihr auch unser Instagram-Kanal, wenn ihr Bock auf die Bilder habt, die wir hier heute geschossen haben. Beziehungsweise der Kami macht ja überwiegend die Bilder. Und ja, wir sagen jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen uns in Anweiler. Wir sehen uns in Anweiler.